Jeder Mensch hat Potenziale, die Frage ist nur wofür. Das heißt, in welcher Aufgabe und in welchem Umfeld wird er seine Potenziale am besten einsetzen können. Diesen Match zu optimieren ist das, was uns täglich antreibt. Mit Conquesso Matching, unserem Angebot in der Ereignungsdiagnostik, erkennen Sie zuverlässig die Potenziale Ihrer aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden. Von den Denkmustern über die Persönlichkeit bis hin zu den Motivatoren einer Person. Conquesso Matching ist ein vierstufiger Prozess. Als erstes analysieren wir mit Ihnen die Aufgabe und das Umfeld und erstellen ein Anforderungsprofil. Als zweites kommt ein wissenschaftlich valides Instrument der Ereignungsdiagnostik ins Spiel. Die Person, deren Potenziale Sie erkennen wollen, beantwortet nun eine Vielzahl von Fragen. Wir nennen das Profiling. Sobald Sie diese beantwortet hat, bringen wir die Ergebnisse mit den Anforderungen der Positionen in Abgleich. Als nächstes diskutieren wir die Ergebnisse mit der Person, die die Fragen beantwortet hat, und bringen die Antworten so in den richtigen Kontext. In der Auswertungskonferenz mit Ihnen bringen wir alle Perspektiven zusammen und unterstützen Sie darin, die wahrgenommenen Potenziale in Worte zu fassen. Mit Conquesso Matching erkennen Sie Potenziale und verhindern Fehlbesetzungen. Dies gilt vom Auszubildenden bis zur Führungskraft in Top-Management. Möchten Sie es einmal ausprobieren? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.